Wir haben uns beim letzten Mal mit FITZ Law intensiv beschäftigt und es hergeleitet und die etwas schwierige Sprechweise und Ausdrucksweise von Herrn FITZ ins Deutsche übersetzt und vor allen Dingen für unsere Verhältnisse angepasst. Einmal ganz kurz nochmal draufzugucken, was hatten wir denn da? Wir hatten hier gesehen, dass es diesen Zusammenhang gibt, diesen Index of Difficulty, der ist für uns besonders interessant. Ein logarithmisches Verhältnis, was diesen Schwierigkeitsgrad beschreibt in Abhängigkeit von der Entfernung zu einem Objekt und der Toleranz, um auf ein solches Objekt zu zeigen. Das ist für uns eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis und vor allen Dingen die, dass es uns nicht darum geht, irgendwelche Zeiten auszurechnen, sondern dass wir diesen Index of Difficulty einfach verringern wollen. Und der hilft uns, Zusammenhänge zu erkennen. Beim letzten Mal ging es ja schon im größeren Stile um Eingabeschnelligkeit. Was bedeutet denn das? Was schließen wir denn jetzt daraus? Was können wir denn jetzt in der Gestaltung dann tatsächlich tun? Naja, wir haben schon gesagt, es ist oft schwierig, die Distanz anzupassen. Viel einfacher und viel mehr Möglichkeiten haben wir, diesen Toleranzbereich zu vergrößern. Wie können wir das machen? Ja, wir könnten zum Beispiel die Zielflächen groß machen, also zum Beispiel große Buttons verwenden. Und das ist etwas, was man hier auf der rechten Seite gut sieht, was bei Touch-Oberflächen zum Beispiel ja gemacht wird. Da werden ja große Buttons verwendet. Und damit ist es sehr einfach, hier sehr grob, auch mit dem ersten Hintippen, diesen Knopf zu finden. Der Hauptunterschied ist übrigens nicht, wie man manchmal so hört, zwischen einer Interaktion mit Maus oder auch so einem Trackpad, wie ich das hier habe, und dem Touch, dass Touch ungenauer wäre. Das stimmt gar nicht. Touch ist nicht ungenauer. Dann wäre das Trackpad ja auch ungenau. Aber das ist es ja gar nicht. Man kann mit einem Trackpad, wenn es ein gutes Trackpad ist, ja pixelgenau arbeiten. Fast sogar etwas genauer als mit der Maus. Zumindest habe ich manchmal so das Gefühl. Aber was der Fall ist, ist, wenn ich pixelgenau arbeite mit der Maus oder mit dem Trackpad, dann mache ich das ja so, dass ich den Mauszeiger erst genau dahin positioniere, wo ich ihn haben möchte. Das kann schon mal lange dauern und langsam sein. Und dann löse ich erst die Funktion aus. Während ich beim Touch das nicht mache. Ich schiebe ja nicht erst einen Zeiger irgendwo hin, sondern ich drücke sofort und sofort wird die Aktion ausgelöst. Und das ist ungenauer. Und da haben wir ja genau das Problem. Und das können wir hier lösen, indem wir zum Beispiel große Zielflächen einbauen. Und hier ist es ja nun wirklich überhaupt nicht mehr schwer, diese Zielfläche zu treffen und dann das Richtige auszulösen. Also große Objekte. Wir können aber auch die Zielflächen größer machen als die optischen Objekte am Bildschirm. Und da gibt es auch viele Möglichkeiten. Zum Beispiel können wir einem Objekt eine gewisse Aura geben und können sagen, wenn in diese Aura hineingeklickt wird, zum Beispiel, oder reingezeigt wird, dann zählt das auch selbst als das Objekt mit. Das sehen wir auf diesen drei Abbildungen rechts zum Beispiel bei den Button. Dieser Button, da sieht man ja an der Umrahmung, da ist der Bereich, den ich anklicken kann oder den ich antippen kann, erheblich größer als nur das kleine Icon in der Mitte selbst. Auch die anderen beiden Techniken, die hier sind, oder was man hier sieht, haben entsprechend größere Flächen, als man so auf den ersten Blick meinen könnte. Also bei Auswahlfarbe zum Beispiel muss man nicht diese kleine blaue Fläche dort treffen, um das auszuklappen, sondern kann das komplette Objekt treffen, um es auszuklappen. Das ist natürlich erheblich einfacher, als dieses kleine Objekt treffen zu müssen. Und ähnlich sieht es auf der linken Seite aus, bei diesen zwei Radio Buttons. Da kann man die komplette Beschriftung auch mit anklicken und das ist natürlich auch erheblich einfacher, dann das große Objekt zu treffen, als genau dieses kleine, naja, diesen kleinen Kreis, der ja das eigentliche Objekt ist, in dem hin und her geschaltet wird. Man schafft es also hier, dass man ein größeres Objekt schafft und damit eine größere Schnelligkeit ermöglicht. Das gerade bei der mittleren Variante übrigens habe ich mal vor einiger Zeit in einem Emulator von Windows Version 3, den kann man im Web finden, könnt ihr mal nachsuchen, weil es euch das interessiert. Da habe ich das ausprobiert und nicht 3.1, sondern 3.0 in der Version 3.0 von 1990, da war das noch nicht so. Da musste man tatsächlich ganz genau die Elemente treffen. Also wenn so ein Dropdown-Menü war, musste man genau das Feld treffen und konnte nicht auf das ganze Menü klicken. Und das ist aus heutiger Sicht ganz schrecklich und unglaublich mühselig und langsam. Man hat es dann ja auch zu Windows 3.1 und den darauffolgenden Versionen entsprechend geändert. Man kann sich noch andere Techniken überlegen, die den oberen ein bisschen ähnlich sind. Wir haben ja oben von der Aura gesprochen drumherum. Das kann man auch mit dem Zeiger selber kombinieren. Also man könnte den Mauszeiger zum Beispiel so programmieren, dass der an Objekten kleben bleibt und nicht direkt weitergeht, sondern dass man erst einen gewissen Widerstand aufbringen muss, um ihn darüber hinaus zu bewegen. Auch das funktioniert gut. Oder sogar, dass der Zeiger, wenn irgendwo ein Objekt ist, der Zeiger quasi in die Nähe springt automatisch. Dass man so eine Art Magnetismus hat, dass ein Objekt den Zeiger auf sich zieht. Auch dann ist es einfach, dieses zu treffen, denn dann hilft quasi das Objekt mit in gewisser Weise. Das kann natürlich auch immer verwirrende Eigenschaften haben. Deswegen ist es wichtig, dass man sowas auch ausstellen kann. Was kann man noch machen? Man kann die Positionierung betrachten, aber das ist eine sehr eingeschränkte Technik. Und die gilt erstmal nur bei Mauszeigertechnik, also mit einem Zeiger auf dem Bildschirm. Und sie ist auch eigentlich fast nur anwendbar, wenn wir wirklich das komplette System unter Kontrolle haben. Aber gucken wir erstmal, worum es denn geht. Schaut euch mal das hier an. Ihr seht hier ein Bildschirm. Und in der Mitte ist mal angenommen, ist unsere Startposition gewesen mit dem Mauszeiger. Und was wollen wir jetzt machen? Wir wollen etwas am oberen Bildschirmrand treffen. Und ja, die Frage ist dann, wie schwer ist es, den oberen Bildschirmrand zu treffen? Überhaupt nicht schwer. Denn nach oben geht es ja nicht weiter. Der Mauszeiger bleibt ja oben stehen. Das heißt, den oberen Bildschirmrand zu treffen, da brauchen wir eigentlich nur wirklich nach oben zu gehen. Und können auch beliebig weit nach oben gehen, weil wir können ja nicht zu weit gehen. Das heißt, in dieser Richtung quasi haben wir eine unendliche Buttongröße, wenn wir das so wollen, oder eine unendlich große Toleranz. Das heißt, wir verringern den Schwierigkeitsgrad hier quasi auf Null. Natürlich nicht die Zeit, eine Zeit kann man nicht auf Null reduzieren, aber wenn wir nur den Schwierigkeitsgrad mal betrachten, den könnten wir regelrecht gen Null bringen, weil wir an dieser Stelle eine unendlich große Toleranz haben. Und das ist auch der Grund, der bei Apple angegeben wird, warum bei Apple-Betriebssystemen eine Menüleiste am oberen Bildschirmrand angebracht ist. Denn die ist viel, viel leichter zu treffen, als eine, die im Fenster untergebracht ist. Mittlerweile stellt sich das Problem oder der Unterschied gar nicht mehr so, weil bei Windows man dazu übergegangen ist, die Menüleiste ganz abzuschaffen. Und viele Programme haben gar keine mehr, sondern haben dann eine Icon-Leiste irgendwo. Aber die zu treffen ist dann ja auch wieder so schwierig. Und übrigens, das kommt in einem späteren Video mal vor, neuere Versionen des Metro-Designs von Windows, also dieses modernen Designs, Modern Design wird ja auch dazu gesagt, erlauben dann interessanterweise auch wieder solche Menüs, nachdem man sie erst wohl hat abschaffen wollen. Lassen wir das, gucken wir uns das hier nochmal an. Was haben wir denn unten bei zwei? Die Ecke unten links in der Ecke oder auch jede andere Bildschirmecke. Wie schwer ist es, die denn zu treffen? Das ist sogar noch einfacher. Also die Ecke unten links zu treffen, das ist so einfach. Ich glaube, das würde man wahrscheinlich volltrunken schaffen. Man muss ja eine Maus quasi nur noch ganz grobschlächtig irgendwie unten hin, solange man überhaupt eine Komponente nach unten drin hat und überhaupt eine Komponente nach links, dann landet der Mauszeiger mit Sicherheit in der linken unteren Ecke. Und wenn ich da ein Objekt unterbringe, dann habe ich gewonnen. Dann ist das ein Objekt, was ich mit sehr geringem Aufwand und damit mit hoher Schnelligkeit erreichen kann. Ja, gibt es sowas? Gibt es solche Objekte, die an den Bildschirmrändern so untergebracht sind? Oben habe ich schon gesagt, bei Apple das Menü. Und da unten links, was bringt man denn unten links unter? Naja, das Startmenü zum Beispiel. Ihr seht es hier einmal bei Windows XP zweimal in zwei verschiedenen Designs. In dem klassischen Design und in diesem bunten Design, dem Teletubby-Design. Ja, und unten rechts sieht man bei Windows 7, gibt es auch eine Schaltfläche unten rechts in der Ecke. Ja, das ist die Schaltfläche, die auf Desktop-Anzeigen geht. Also wenn man die Maus einfach nur rechts unten in die Ecke tut, dann kann man auf dem Desktop gucken. Dann werden alle Fenster einmal kurz ausgeblendet. Was Microsoft hier übrigens gemacht hat, ist etwas erstaunlich. Denn offensichtlich waren sie sich dieses Vorteils gar nicht so richtig bewusst, wie einfach es ist, einen Button unten links in der Ecke zu treffen. Denn von Windows 95 an, über alle darauf folgenden Versionen, und das sind ja durchaus auch einige, also 95, 98, ME, NT4, Windows 2000 und Windows XP, ich habe bestimmt eine vergessen, komme ich, wenn ich unten links in die Ecke gehe, eben nicht ans Startmenü. Wenn ich das klassische Design wähle bei Windows XP, bei allen anderen ist es ja das normale Design, sondern ich lande halt unten drunter und der Button ist an dieser Stelle nicht klickbar. Wenn ich da unten links in die Ecke gehe, dann klicke ich einfach nur auf die Leiste und es passiert überhaupt nichts. Bei einem anderen Design, bei diesem bunten Design, da geht der Button auch tatsächlich bis in die Ecke. Das heißt, der Startmenü, der Startknopf ist in vielerlei Hinsicht viel einfacher zu treffen in diesem Design von Windows XP als in dem klassischen Design. Und heute bei Windows 10 ist es auch möglich, einfach unten in der Ecke zu klicken und das Startmenü öffnet sich. Also da hat man an der Stelle durchaus dazugelernt. Ja, warum habe ich gesagt, das ist in der Praxis nicht besonders gut zu gebrauchen? Ja, wir können die Bildschirmränder üblicherweise nicht gestalten. Wir könnten ja nur dann eine solche Überlegung anstellen und eine entsprechende Positionierung machen, wenn wir immer den kompletten Bildschirm gestalten können und ja wirklich unter Kontrolle haben, was passiert, wenn man mit der Maus an einen Bildschirmrand geht. Das ist aber üblicherweise etwas, was die Betriebssysteme unter Kontrolle haben. Also nur wenn wir Systeme erzeugen, die so Kiosksysteme sind, wo wir also mit unserer Anwendung das Ganze unter Kontrolle haben oder wenn wir selber auf Betriebssystemebene unterwegs sind, dann hilft uns das. Im Fenster, wenn wir ein Fenster gestalten, ist es wiederum schlecht, was wir hier machen. Denn wenn wir bei einem Fenster, was ja nur einen Teil des Bildschirms ausfüllt, etwas genau in eine solche Ecke setzen oder genau auf so eine Kante setzen, dann ist es sogar besonders schwer zu treffen. Und wenn wir dann daran vorbeigehen und klicken versehentlich mal darüber hinaus, dann klicken wir in ein anderes Fenster hinein oder klicken an dem Fenster vorbei. Das heißt, die Eingabesicherheit, die wir gleich noch definieren werden, ist dann besonders niedrig. Das heißt, das hilft uns in wenigen Fällen. Aber in diesen Fällen ist es eine sehr wichtige Sache, die man im Kopf haben sollte, dass die Bildschirmränder bei einer solchen Zeigertechnologie besonders hilfreich sind. Weitere Gestaltungshinweise und diese jetzt mal Gestaltungshinweise, die sogar in Richtung Verkürzung der Distanz gehen. Wir haben ja jetzt immer nur über die Erhöhung der Toleranz gesprochen oder die Vergrößerung von Elementen. Das sind ja diese zwei, die hier stehen. Große Zielflächen und Zielflächen größer als das sichtbare Objekt. Das ist eine höhere Toleranz auch. Was man aber auch machen kann, sind lokale Einblendungen nutzen. Wie jetzt hier rechts zu sehen. Oben ist Old Town markiert und was passiert? Automatisch erscheint ganz in der Nähe ein zusätzliches Menü. Und dadurch, dass es in der Nähe erscheint, ist natürlich der Weg gering. Sowohl beim Touch- als auch bei Mauszeigertechnologie. Hinzu kommt noch, dass das auch von der Wahrnehmung her natürlich gut ist, wenn das so erscheint, weil man das nicht irgendwo auf dem Bildschirm suchen muss, sondern man sieht es direkt in dem kleinen Wahrnehmungsbereich, den wir ja nur haben. Da haben wir ja im Bereich Präsentationen und intensiv drüber gesprochen. Das Gleiche gilt unten, wenn man solche Menüs aufruft. Wenn man also mit der rechten Maustaste klickt und erhält so ein Pop-up-Menü, auch dann haben wir natürlich kleine Wege nur, die wir zurücklegen müssen, denn das Menü erscheint ja da, wo ich mit der Mauszeige gerade schon bin. Idealerweise hätten wir als Auslöser für dieses Menü ein sichtbares Objekt und machen das nicht per Rechtsklick. Das ist etwas, das kriegen wir in der Erschließbarkeit in einigen Wochen in der Vorlesung. Aber könnt ihr euch an dieser Stelle ja schon mal so zwischenspeichern. Also grundsätzlich kann man eigentlich immer sagen, sichtbare Auslöser haben immer Vorteile gegenüber etwas Unsichtbarem, was einfach so passiert. Ja und auf Betriebssystemebene, die beiden Sachen, die habe ich euch schon erzählt. Positionierungshilfen sind genau solche Techniken wie die, die ich gerade genannt habe, wo der Mauszeiger irgendwo hängen bleibt oder ein Objekt irgendwo hängen bleibt. Denn damit kriegt man es hin, dass man genaue Positionierungen trotzdem schnell macht. Also das Beispiel, was hier ist, ist ja, ich möchte zwei Texte auf die gleiche Höhe bringen, sodass sie mit der gleichen Grundlinie auch da stehen. Ja, das ist mühselig. Wenn ich da einen Text wirklich pixelgenau positioniere und gehe mal davon aus, dass ich eine Eingabetechnik nutze, bei der ein pixelgenaues Positionieren möglich ist, also die Eingabepräzision ist hoch genug, dann dauert das unwahrscheinlich lange und ist auch für das Wahrnehmungssystem anstrengend. Ich kann aber solche Zusatzhilfsfunktionen einbieten, dass die automatisch bei der gleichen Höhe einmal so einrasten. Und wenn ich darüber hinaus will, dann muss ich etwas mehr Aufwand ausbringen und dann springt das da wieder heraus. Dann kriege ich es viel leichter hin und viel schneller hin, so etwas zu machen. Das Gleiche gilt für irgendwelche Raster, die ich irgendwo anbiete, dass etwas sich automatisch auf ein Raster anordnet oder sowas. Dadurch erhöhe ich immer die Toleranz und mit der höheren Toleranz geht es viel schneller, eine solche genaue Positionierung vorzunehmen, weil man sie eben nicht genau machen muss. Das heißt, das landet an einer genauen Stelle, obwohl ich eine ungenaue Positionierung habe vornehmen dürfen. Es ist aber natürlich ärgerlich, wenn man da nicht herauskommt. Das heißt, wenn man es so gestaltet hat, dass es auch sinnvoll sein könnte, leicht davon abzuweichen, dann ist diese Technik natürlich auf einmal von Nachteil, weil dann verhindert sie ja zum Beispiel, dass ich diesen Text, sagen wir, zwei Pixel höher unterbringe. Wenn ich das aber aus irgendeinem Grunde vorsehen möchte, dann brauche ich auf jeden Fall eine Möglichkeit, diese Hilfsfunktion auch wieder abzustellen, denn ich verringere ja hier dann die Eingabepräzision, die Möglichkeit der Eingabepräzision an dieser Stelle. Und das muss ich miteinander abwägen. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall eine zusätzliche Funktion, um das abzustellen. Das bedeutet meistens am PC und Mac, dass man irgendeine der zusätzlichen Tasten drücken muss, dass man Alt drücken muss, Shift drücken muss oder sowas, und dann diese Funktion auszustellen. Dann kann man wieder normal positionieren. Ein weiterer Gestaltungshinweis bezieht sich auf Vergrößerungen. Und warum das überhaupt nötig ist, können wir uns mal einmal gerade überlegen, wenn wir uns diesen Konflikt hier anschauen, nämlich den von Eingabeschnelligkeit, was wir ja gerade erst definiert haben, mit Kontinuität. Kontinuität kommt auch erst in einer der nächsten Vorlesungen intensiv vor. Ich sage mal einfach ganz kurz darum, man möchte eigentlich vermeiden, dass man häufige Bildschirmwechsel hat und dass man Objekte auf viele verschiedene Bildschirmseiten unterbringen muss, also den ständigen Kontextwechsel vermeiden. Deswegen fordern wir Kontinuität. Bei Kontinuität gehört noch mehr dazu, aber das ist der Aspekt, um den es hier gehen soll. Ja, was habe ich für ein Problem? Ich brauche die Objekte und ich muss die Objekte zugreifbar machen und das auch auf eine Art und Weise, die schnell möglich ist. Das heißt, die müssen aber relativ groß sein, die Objekte, und das braucht viel Platz. Die Übersichtlichkeit wird auch höher, wenn ich die Objekte groß mache und viel Platz dazwischen lasse zum Beispiel. Aber die Konsequenz ist natürlich, es passt sehr wenig auf eine Bildschirmseite. Jetzt sagt die Kontinuität, wie ich gerade schon erläutert habe, dass ich es möglichst vermeiden sollte, immer alles auf verschiedene Seiten zu machen, dass ich also nicht sagen muss, nächstes Fenster, nächstes Fenster, nächstes Fenster und da sind wieder ein paar Elemente drauf. Das heißt, ich habe hier einen Konflikt, der mal wieder mit dem Platz zu tun hat. Ja, wie kann ich denn jetzt diesem Konflikt entgehen? Ich kann es zum Beispiel so machen, dass ich die Objekte relativ klein habe, aber dann vergrößere, wenn ich die Objekte brauche. Das bedeutet, wie man das hier zum Beispiel auf der rechten Seite sieht, aus einem alten Browser aus Android, da ist eine Website abgebildet gewesen und die Sachen waren alle sehr klein. Es war eine Website, die nicht optimiert war für Touchbedienung. Und wenn man dann da drauf tippt, dann wäre es ja fast ein Lotteriespiel, was dann jetzt eigentlich ausgeführt wird, was eigentlich erscheint. Und deswegen wurde nochmal eine zusätzliche Einblendung gemacht, wo man diese drei Punkte dann hatte und konnte mit diesen drei Punkten, also an dieser Stelle, wo man hingetippt hat, die drei Links wurden nochmal angezeigt und da konnte man dann drin auswählen. Da hat man hier eine lokale Vergrößerung nochmal untergebracht und hat, sagen wir mal, ein bisschen Sequentialität spendiert, nämlich für einen Zusatzschritt, um die zumindest hypothetisch schlechtere Variante, dass man das Falsche auswählt, zu verhindern. Diese Technik wurde extrem kritisiert und ist deswegen in aktuellen Android-Versionen nicht mehr drin. Sie wurde wohl vor allen Dingen deswegen kritisiert, so habe ich das den entsprechenden Diskussionen entnommen, dass diese Funktion auch dann aufgerufen wurde, wenn Objekte optimiert waren für Touch und auch groß genug waren. Und dann hatte man trotzdem diese Anzeige und konnte da nichts gegen machen. Und es war natürlich eine Anzeige, die das Betriebssystem zusätzlich zum vom Webseiteninhaber gestalteten Design anbrachte. Und das brachte ihnen das Design immer durcheinander und die Leute haben sich sehr darüber geärgert. Deswegen wurde diese Funktion leider entfernt. Unten sieht man auch übrigens eine Variante von lokaler Vergrößerung im Dock. Aber da möchte ich euch mal in einem kurzen Video zeigen, dass diese Vergrößerung eigentlich überhaupt nicht hilfreich ist, sondern nur ein optisches Gimmick oder allenfalls eine gute Art der Rückmeldung ist, wo man sich gerade befindet, aber für die Eingabeschnelligkeit und auch für die Eingabesicherheit überhaupt nicht hilfreich ist. Ich zeige euch mal diesen Vergrößerungseffekt im Dock für diejenigen vielleicht, die das gar nicht kennen und zeige euch auch daran mal, dass das ein Effekt ist, der für die Eingabeoptimierung, für die Eingabeschnelligkeit überhaupt ohne Belang ist. Und ich habe das jetzt extra etwas übertrieben eingestellt, habe das Dock also sehr klein gemacht und habe die Vergrößerung dafür sehr stark eingestellt, wie ihr jetzt hier seht. So würde man das natürlich normalerweise nicht einstellen, aber daran kann man das dann sehr gut sehen. Und was ich euch zeigen möchte, ist eine Vergrößerung, eine lokale Vergrößerung würde ja dafür sorgen, dass ich an der Stelle etwas größer kriege und dann da präziser auswählen kann. Aber das ist hier gar nicht der Fall und das kann man sich recht gut klar machen. Nehmen wir uns mal dieses hier her, dieses Icon hier, das ist das Keynote und guck mal, wie breit das ist. Da kann ich mit der Maus von hier nach da gerade mal so gehen. Das ist also nur so ein paar Pixel. So und wenn ich das jetzt, gehen wir mal auf die linke Seite davon und ich mache das jetzt mal so, jetzt ist es groß und jetzt kann ich genau die gleichen paar Pixel nach rechts und nach links gehen. Achtet mal auf den Mauszeiger nur, der bewegt sich nur ein ganz paar Pixel hin und her immer. und das Icon wird dann relativ schnell da drüber geschoben. Das heißt, ich bin hier nicht präziser. Wenn ich hier irgendwie einigermaßen zügig drüber gehe, geht das ganz schnell, wie ihr seht. Ich habe immer nur diese paar Pixel. Das Einzige, was ich habe, ist, ich habe eine lokale Vergrößerung und sehe, wo ich mich hier gerade befinde. Das ist ein Vorteil, das ist ein Vorteil, der in der Rückmeldung liegt, aber die eigentliche Eingabe, die ist nicht verbessert worden durch diese Vergrößerung im Dock. Ziemlich damit verwandt, mit diesem Phänomen, was wir gerade hatten, wo wir nicht genau genug sind, um eine Eingabe auf so ganz kleinen Bereichen zu machen oder zumindest potenziell ungenau sind und da ungenau sein dürfen, weil uns nochmal eine vergrößerte Darstellung geboten wird, haben wir auch in Situationen, wo das generell doppeldeutig ist, was wir meinen. Wie zum Beispiel diese hier auf der rechten Seite. Wir haben hier zwei Objekte und ich kann auch gar nicht erkennen, welches Objekt eigentlich das Vordergrundobjekt ist und welches das Hintergrundobjekt ist, hier in diesem Falle. Und wenn ich jetzt an dieser Stelle klicke, was passiert denn dann? Ja, dann wäre es sehr angenehm, wenn uns da geholfen würde. Das eine ist, dass es auf jeden Fall notwendig ist, dass wir hinterher sehen, welches Objekt denn ausgewählt wurde. Das heißt, wir brauchen ein Highlighting des Ganzen. Das geht schon in Richtung Rückmeldung. Wir hätten aber vielleicht auch die Möglichkeit, dass wir mehrfach klicken könnten, dass wir dann zwischendurch wechseln können, zwischen diesen beiden Möglichkeiten. Oder, ähnlich wie eben bei dem Browser bei Android, dass uns eine zusätzliche Einblendung gegeben wird, indem wir hier die Auswahl machen können. Dass wir also hinkriegen, es gibt zwei zur Auswahl, wähl mal aus, welches du eigentlich meinst. Das Mindeste an dieser Stelle muss sein, dass man auch auf andere Art und Weise an diese Objekte überhaupt herankommt. Dass man zum Beispiel irgendwo zusätzlich noch eine Liste hat, wo man die Objekte dann vielleicht auswählen kann. Denn sonst hat man an dieser Stelle ja gar keine Chance, das richtige Objekt überhaupt auszuwählen. Die nächste Technik hier hängt stark zusammen mit Touch-Eingaben, aber ist nicht nur bei Touch-Eingaben sinnvoll. Aber ich habe eben schon mal das Problem bei Touch-Eingaben erwähnt, dass es bei Touch-Eingaben so ist, dass ich, wenn ich einfach eine Fläche habe und mache einfach so direkt einen Touch, dass ich nicht diese zwei Phasen habe. Dass ich nicht erst eine Anwahlphase an eine bestimmte Stelle habe und erst wenn ich an der richtigen Stelle bin, dann mache ich den Klick, sondern dass ich ja direkt in eins die richtige Stelle treffen muss. Und das ist ja natürlich viel schwerer. Und das kann natürlich problematisch sein. Eine Lösung, die wir gerade schon gesehen haben, war, na, ich mache einfach immer ganz große Flächen irgendwo hin. Aber das geht ja nicht immer. Zum Beispiel geht es dann nicht, wenn ihr einen Textcursor positionieren wollt. Ihr könnt ja nicht den Text ganz riesig machen, aber ihr wollt trotzdem vielleicht den Eingabecursor auch per Touch irgendwo hin positionieren. Und wie schwierig das ist, der kann das mal ausprobieren bei Touch unter Windows. Also wer ein Windows-Tablet hat, ich habe so ein Surface da hinten liegen, und versucht dann mal per Touch einen Cursor an eine bestimmte Stelle zu positionieren, der kann hier verzweifeln. Unter Android und unter iOS geht das, weil es entsprechende Techniken dafür gibt. Und dies sind alles Lift-Off-Techniken. Lift-Off-Technik bedeutet, ich drücke und mache eine Eingabe, aber ausgelöst wird die Eingabe erst dann, wenn ich den Finger wieder runternehme und nicht schon, wenn ich drücke. Das ist bei einem Tippen ziemlich irrelevant, aber bei anderen Operationen ist das ein sehr, sehr relevanter Unterschied. Ich kann es dann nämlich schaffen, dass ich zum Beispiel sage, ich möchte den Cursor jetzt positionieren, und dann kriege ich unter verschiedenen Betriebssystemen verschiedene Einblendungen. Bei iOS kriege ich so eine Art Lupe, und ich kann dann drücken und kann dann den Finger bewegen und kann dann in der Zeile den Cursor irgendwo dorthin bewegen, wo ich möchte, ähnlich wie ich es auf einem Trackpad machen könnte. Und erst dann, wenn er an der richtigen Stelle ist, dann lasse ich los, und dann wird der Cursor an diese Stelle gesetzt. Diese gleiche Technik funktioniert auch bei Android. Bei Android muss man sich allerdings der Leertaste bedienen. Man drückt längere Zeit auf die Leertaste und kann dann auf der Leertaste hin und her bewegen und kann damit den Cursor in der Zeile verschieben. Das funktioniert auch bei iOS, und zwar sogar über den kompletten Text. Man hat also quasi den Texteingabe-Cursor fast wie ein Maus-Cursor dann. Eine Funktionalität, die leider ziemlich versteckt ist und vielen Leuten daher gar nicht bekannt. Das Einführen einer solchen Lift-Off-Technik ist eine sehr schöne Hilfe, wenn es um Genauigkeit geht, gerade bei Touch-Eingaben. Aber sie verhindert auch, dass ich Techniken dann benutze, die selber schon Lift-Off-Techniken sind. Was ist schon eine Lift-Off-Technik? Drag-and-Drop zum Beispiel. Drag-and-Drop funktioniert ja so, dass ich ein Icon an einer Stelle aufnehme. Gehen wir mal jetzt davon aus und schiebe es an eine andere Stelle. Und erst wenn ich die Maustaste wieder loslasse oder den Finger wieder vom Bildschirm nehme, dann wird diese Operation ausgeführt. Das heißt, das ist auch eine Lift-Off-Technik. Ich kann diese Lift-Off-Technik natürlich nicht mit einer anderen Lift-Off-Technik kombinieren. Also wenn ich Lift-Off schon verwenden will, um überhaupt zum Beispiel mal das Selektieren eines Objektes hinzubekommen, mache das per Lift-Off, dann kann ich kein Drag-and-Drop noch verwenden, weil ich kann ja nur einmal Lift-Off verwenden. Das heißt, man muss da auch wieder eine Abwägung treffen. Kommen wir zur letzten Forderung aus dem Bereich Eingaben. Wir hatten ja schon die Eingabe Minimalität, die Eingabe Präzision und die Eingabe Schnelligkeit. Und jetzt kommt noch die Eingabe Sicherheit dazu. Schauen wir uns die Definition kurz an. Eingabesicherheit bedeutet, Eingabemöglichkeiten so zu gestalten, dass versehentliche Fehleingaben minimiert werden und, wenn sie doch geschehen, die Konsequenzen dieser Eingabeungenauigkeit minimiert werden. Was kann man sich darunter vorstellen? Dieses Beispiel verdeutlicht ist das, glaube ich, ganz gut. Die Aufgabe ist, klicken Sie auf den kleinen grünen Button, was immer er jetzt macht. Wir wollen auf den kleinen grünen Button klicken. Ja, das ist nicht einfach, denn er ist ja klein. Und das heißt, der Index of Difficulty nach Fitts' Law ist hoch. Das heißt, ich mache es langsam. Oder, wenn wir das mal jetzt sagen, ich möchte es schnell machen, dann ist die Fehlerwahrscheinlichkeit hoch. Das ist quasi der andere Aspekt, der immer dahinter steht. Also das zu treffen ist nicht so ganz einfach. Aber die Eingabe Sicherheit ist gegeben. Denn was passiert, wenn ich hier nicht treffe? Gar nichts. Ich würde, wenn da jetzt ein Fenster dahinter wäre, einfach irgendwo auf den Fensterrahmen klicken, passiert überhaupt nichts. Nicht so schlimm. Einfach irgendwie dran vorbei geklickt. Naja, kann passieren. Ärgert man sich vielleicht und klickt dann das Ganze nochmal richtig an. Aber wie sieht es denn jetzt aus? Jetzt haben wir daneben noch einen Knopf und dieser Knopf heißt alles löschen. Jetzt ist die Eingabe Sicherheit auf einmal nicht mehr gegeben. Denn jetzt ist es ziemlich wahrscheinlich, dass wenn ich es schnell mache, ich versehentlich auf alles löschen klicke. Und das sollte natürlich nicht passieren, dass ich mit einer ungenauen Eingabe, zu der es ja immer kommen kann, weil die Genauigkeit ja nicht besonders hoch ist, durch unsere Einschränkung, durch die Einschränkung der Eingabetechnik und wahrscheinlich auch durch Gegebenheiten der Situation, dass ich hier mal daneben klicke und dann klicke ich auf alles löschen. Das sollte nicht passieren. Das heißt, wenn ich Eingabesicherheit mitbedenke, dann muss ich damit rechnen, dass es Fehleingaben gibt und muss dafür sorgen, dass Fehleingaben immer keine verheerenden Konsequenzen haben. Also zum Beispiel, wenn in Word nebeneinander kursiv und fett ist, das ist nicht schlimm. Wenn jemand statt auf das B versehentlich auf das I da drückt und dann wird der Text kursiv anstatt fett, ja, so what? Was passiert? Nichts. Dann drückt er halt nochmal auf kursiv und dann auf fett, dann hat er zwar erzwungene Sequentialität, aber es ist kein Problem, dass er sich irgendwie was zerstören würde. Aber wenn das der Fall ist, dann sollte man auf jeden Fall darauf aufpassen, dass das nicht passiert. Ja, aber wer macht denn sowas auch? Wer würde denn auf den Gedanken kommen, zwei Elemente so nah aneinander zu bringen, auf eine Art und Weise, wo man sich schnell mal vertun kann, wo also eine Eingabesicherheit nicht gewährleistet ist? Das macht doch wohl niemand. Doch, das passiert oft und zwar sowohl im Computerbereich als auch außerhalb des Computerbereichs. Und ein Beispiel dafür habt ihr schon gesehen, nämlich dieses hier, der Fahrstuhl bei uns in der Fürstenallee, den habe ich euch ja schon mal gezeigt. Und schaut euch doch mal an, was man da sieht. Da ist ein Knopf zum Öffnen der Türen und darunter ist der Alarmknopf. So, wann drückt man diesen Knopf zum Öffnen der Türen? In der Regel macht man das nicht irgendwie in aller Ruhe oder sowas, sondern häufig ist es, dass man sieht, die Türen gehen zu und man denkt, um Gottes Willen, da stürzt ja gerade noch jemand hinein oder man möchte die Türen wieder aufmachen, weil jemand anders noch das Sofa in den Fahrstuhl trägt oder wer weiß was. Man drückt also dann rasch auf diesen Knopf. Also die Zeit ist kurz. Und jetzt sind wir genau in dieser Situation, wo dann die Genauigkeit leidet. Ich bin also nicht langsam unterwegs zu diesem Knopf, sondern schnell. Ja, und wie schnell passiert es dann wohl, dass ich auf diesem Alarmknopf hier lande? Das kann schnell passieren. Dieser Alarmknopf in diesem Fahrstuhl, ich bin mir bei diesem nicht sicher, ich habe da noch nicht drauf gedrückt, aber generell in Fahrstühlen ist es oft so, dass man so einen Alarmknopf länger drücken muss. Das ist natürlich eine Methode, die dafür sorgt, dass man nicht, wenn man mal eben schnell versehentlich auf so einen Knopf drückt, gleich einen großen Alarm auslöst. Generell aber, davon mal ganz abgesehen, sind diese beiden Knöpfe im Sinne einer Eingabesicherheit viel zu nah an ein Ander. Gut, das ist ja ein Beispiel aus der Nicht-Computer-Welt, eine solche Anlage. Auch hier hätte man es sicher besser machen können. Aber auch am Computer finden wir sowas oft und zwar ganz prominent in der Fenstersteuerung sowohl von Windows als auch von macOS. Schaut euch das doch hier bei Windows mal an. Was hat Microsoft hier gemacht? Das ist Windows 98 und oben rechts haben wir diese typischen Window-Controls. Und was haben wir da? Wir haben das zum Verkleinern, wir haben das zum Maximieren und wir haben das zum Beenden und tatsächlich, das zum Beenden ist abgesetzt. Es ist tatsächlich zwei Pixel weiter abgesetzt als die anderen beiden. Hilft das? Nein. Für eine Ungenauigkeit hilft das überhaupt nicht. Das merkt man gut, wenn man solche Systeme, die solche Eingabemöglichkeiten vorsehen, im Touch-Modus verwendet. Wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, das zu tun, dann stellt man nämlich fest, dass das hinten und vorne nicht funktioniert und man ständig die falschen Knöpfe drückt. Und hier ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich eigentlich auf Maximieren drücken wollte und stattdessen dann das Fenster schließe. Und das würde, sagen wir mal, unter Verheeren schon fallen. Gut, es werden keine Dateien gelöscht, aber es ist zumindest mal destruktiv, was ich dann da mache. So sollte man das also nicht machen. Wie hat Microsoft weiterentwickelt? Windows XP. Bei Windows XP sind die Knöpfe größer geworden und damit ist natürlich das Toleranzlevel höher geworden. Aber wenn ich in den Randbereich komme, dann kann es mir eigentlich immer noch passieren, dass ich versehentlich das Falsche anklicke. Bei Windows 10 habe ich die Wahrscheinlichkeit nicht mehr. Da wird dahinter stecken, dass Windows 10 natürlich entwickelt wurde, um auch per Touch gut bedienbar zu sein. Es gibt ja diese Surface-Geräte und eigentlich ist ja heute fast jedes Windows-Tablet auch ein touchfähiges Gerät. Und deswegen ist es natürlich sinnvoll, dass es möglich ist, diese Knöpfe anzuklicken, ohne versehentlich mit großer Wahrscheinlichkeit den Falschen anzuklicken. Das ist also eine viel bessere Lösung. Das Lustige ist, dass wir, wenn wir in die 90er Jahre zurückgehen und hier ins Jahr 92 gehen oder sogar noch weiter zurückgehen in das Jahr 1990, wo ja Windows 3.0 herausgegeben wurde, da gab es das Problem überhaupt gar nicht. Da konnte das gar nicht passieren. Denn die beiden Funktionen zum Maximieren und Minimieren sind auf der rechten Fensterseite und zum Schließen des Fensters, das ist auf der linken Fensterseite untergebracht. Da kann ich nicht versehentlich draufdrücken. Ja, kann ich da nicht versehentlich draufdrücken, wenn ich hier auf Pfeil klicken will? Ja, aber es gibt sogar noch eine zusätzliche Maßnahme, denn zum Schließen muss ich zweimal da draufklicken. Das heißt, ich muss einen Doppelklick machen an dieser Stelle. Und wenn ich den nicht versehentlich mal mache, dann ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass ich durch eine irgendeine andere Zeigeoption oder Anklickoption versehentlich das Fenster schließe. Die Variante ist besser, ist aber heute irgendwie nicht mehr üblich. Und zwar nicht nur bei Microsoft, sondern bei Apple ist ja genauso schlimm. Apple hat es bis heute nicht verstanden, dass man das nicht machen sollte. Die haben immer noch diese drei Knöpfchen direkt nebeneinander an dieser Stelle. Aber sie machen es nicht immer schlecht. Hier machen sie es schlecht, habe ich gerade gesagt, aber es gibt auch eine Stelle, da machen sie das gut. Und zwar dann, wenn es um Meldungsfenster geht, generell um solche Fenster geht, die unten mehrere Buttons zur Auswahl haben. Da gibt es nämlich die Designregel und Apple selber hält sich auch daran, dass die Operation, die für Datenverlust sorgen kann, von den anderen immer räumlich abgesetzt ist. Und das sieht man auch hier unten. Die Standardfunktion ist immer die, die Daten erhält. Andere Optionen können irgendwo dazwischen sein und eine, die für Datenverlust sorgen könnte, ist immer abgesetzt. Und das ist gerade in diesem Zusammenhang gut. Es ist auch gut für eine gewisse Strukturiertheit und es ist auch eine schöne Konvention, finde ich. Aber auch im Zusammenhang mit der Eingabesicherheit ist das gut durchdacht und gut bedacht. Schlussendlich kommen wir noch auf Eingabetechnik optimierte Selektionstechniken. Das hat wieder mal etwas mit Touch zu tun. Was ist das Problem beim Selektieren mit Touch-Gerätschaften? Es ist viel schwieriger, komischerweise, als das Selektieren von Objekten einfach unter einer, also mit einer normalen Zeigertechnik. Woran liegt das? Ich habe zum einen mal keine Trennung zwischen Selektion und Auslösung. Wo habe ich die am PC? Wenn ich ein Objekt selektieren will, dann kann ich es anklicken und wenn ich es auslösen will, dann kann ich es doppelklicken. Das ist zumindest eine übliche Konvention. Da, wo ich Objekte selektieren kann, da ist es nicht üblich, dass ich mit einem Einfachklick auch eine Auslösung mache, sondern da habe ich in der Regel diese Unterscheidung Einfachklick, Doppelklick. Oder Einfachklick, Zusatzklick irgendwo anders hin. Das heißt, diese Trennung, die gibt es nicht. Ich habe üblicherweise beim Touch ohnehin immer nur eine einzige Operation, nämlich das Klicken, das Tippen. Ich habe nicht die Unterscheidung zwischen Einfach- und Doppelklick. Ich habe aber auch nicht so etwas wie Modifikator-Tasten auf der Tastatur, wo ich ja hier unten die Shift-Taste habe oder die Alt-Taste oder die Control-Taste, die ich jetzt zusätzlich drücken kann, um in einem anderen Modus zwischenzeitlich etwas zu markieren. Das kann ich ja machen am PC. Ich drücke die Alt-Taste und dann klicke ich nacheinander mehrere Objekte an und dann habe ich diese Objekte selektiert. Diese Möglichkeit habe ich beim Touch nicht. Man könnte das irgendwie umsetzen, aber es ist nicht üblich, dass man das hat. Genauso wenig gibt es das Gummiband. Also die Möglichkeit, dass ich irgendwo hinklicke und dann so etwas aufziehe und alles, was dann da drin ist, wird selektiert. Auch das ist nämlich schwierig, denn ich brauche dann ja erst mal eine genaue Position auf einer leeren Stelle, um dieses Gummiband aufzuziehen und das gestaltet sich als durchaus etwas schwierig und hat nie Umsetzung erfahren. Wie kann man das lösen? Man kann zum Beispiel einen expliziten Selektionsmodus anbieten und das sieht man hier auf der rechten Seite bei iOS. Da seht ihr oben rechts Auswählen und da kann ich auf Auswählen klicken und dann kann ich nacheinander die Objekte antippen, die ich auswählen möchte und dann sind sie ausgewählt, dann kann ich da irgendwas mit machen, dann kann ich den Modus am Ende wieder verlassen. Das hat aber auch Nachteile, das ist nämlich nicht ganz unkompliziert, denn ich habe jetzt einen Teil der Funktionalität in einem Modus und einen anderen Teil der Funktionalität in einem anderen Modus und es muss mir nicht als Nutzer unbedingt immer klar sein, was in dem einen Modus geht und was in dem anderen Modus geht. Modi sind nicht ganz ohne, wir kommen auf Modi und ob man sie vermeiden sollte und wie man sie vermeiden sollte und wann auch nicht in, ich glaube, zwei Wochen zu sprechen. So, hier hatten wir das. Na gut, man kann sich daran gewöhnen. Es gibt aber auch noch eine zwei Art Zwischenlösung und die sieht man hier in der Mitte. Das ist hier die Variante von Dropbox aus dem Dropbox Web Client. Ganz ähnlich ist es gelöst unter Windows 10, also im Explorer von Windows 10. hier schaffe ich es auch eine Selektion hinzubekommen und gleichzeitig habe ich noch die normale Funktionalität zur Verfügung. Ich wechsle nämlich so on the fly von einem Modus in den anderen. Wenn man ein Objekt auswählen will, dann klickt man einfach normal da drauf, also dann wird es auch ausgeführt. Also ich würde dann hier, wenn ich jetzt auf Screenshot einfach so drauf geklickt hätte, dann hätte ich diesen Screenshot in groß dargestellt bekommen. Wenn ich das selektieren möchte, dann klicke ich einmal vorne auf dieses Häkchen und sobald ich das gemacht habe, bin ich im Selektionsmodus, das heißt, jetzt kann ich einfach schnell welche dazu selektieren und kann dann damit arbeiten und den Modus wieder verlassen kann ich einfach, indem ich irgendwo anders hinklicke und die ganze Selektion damit aufhebe. Das heißt, ich habe es relativ gut geschafft, diese beiden Modi ineinander zu schieben und naja, dann den Zugriff darauf relativ einfach zu machen, ohne dass ich jemandem sagen muss, du musst erst in einen Auswählenmodus wechseln. Man kann sich jetzt nochmal weiter Gedanken dazu machen, ob es auch sinnvoll ist, diese Art der Interaktion mit diesem expliziten Selektionsmodus oder auch mit diesem impliziten Selektionsmodus auch in der klassischen User-Interface-Variante, also am PC zu etablieren. Das könnt ihr euch ja vielleicht mal überlegen, warum das Vorteile haben könnte und wenn wir dann später über Erschließbarkeit sprechen, dann kommen wir darauf einfach mal wieder zurück und dann gucken wir mal, was ihr euch jetzt heute gedacht habt, wenn ihr es euch noch gemerkt habt. Wir sind fertig mit dem Thema Eingaben und haben vier neue Forderungen aufgestellt. Eingabe-Minimalität, die Anzahl der Eingabeschritte generell reduzieren, Eingabe-Präzision, dafür sorgen, dass ich so feingranular, wie es für die Aufgabe nötig ist, auch Eingaben machen kann, Eingabeschnelligkeit, die Dinge so gestalten am Bildschirm, dass eine schnelle, fehlerfreie Operation möglich ist und Eingabesicherheit, eine Gestaltung an der Objekte am Bildschirm so zu machen, dass auch, wenn die Eingabe nicht fehlerfrei ist, die Konsequenzen nicht katastrophal sind oder zumindest nicht für Daten löschen oder für große Irritationen sorgen. So viel an dieser Stelle dazu und beim nächsten Mal geht es weiter mit der Rückmeldung, einem sehr, sehr wichtigen Thema, denn Rückmeldung kann man sich ja vorstellen, das ist ja quasi das A und O der Interaktivität. Die ganzen interaktiven Systeme wurden ja nur eingeführt, um eben die Responsivität, wie wir da gesagt haben, zu erhöhen und Responsivität ist ja Rückmeldung.